Machen wir uns zunächst den Unterschied zwischen Gleichgewicht und Ungleichgewicht auf einem Markt klar. Angenommen, der Preis würde 3 Euro pro Kilogramm Fisch betragen. Zu diesem Preis planen die Konsumenten, 400.000 Kilogramm zu kaufen, während die Produzenten bereit wären, eine Million Kilogramm anzubieten. Ist das Angebot größer als die Nachfrage, so herrscht ein Ungleichgewicht, das man als Angebotsüberhang bezeichnet. Das überschüssige Angebot beträgt hier 600.000 Kilogramm. Würde der Preis nur 1 Euro pro Kilogramm Fisch betragen, dann planen die Produzenten, 200.000 Kilogramm zu verkaufen, während die Nachfrager bereit wären, 800.000 Kilogramm zu kaufen. Ist die Nachfrage größer als das Angebot, so herrscht ein Ungleichgewicht, das man als Nachfrageüberhang bezeichnet. Die überschüssige Nachfrage beträgt hier 600.000 Kilogramm. Nur im Schnittpunkt von Angebots- und Nachfragefunktionen stimmen die geplanten Mengen überein, sodass ein Gleichgewicht herrscht. Dies ist bei dem Preis von 2 Euro pro Kilogramm der Fall. Sowohl die geplante Nachfrage als auch das geplante Angebot betragen 600.000 Kilogramm. Da es keinen Überhang gibt, sagt man auch, der Markt ist geräumt. Bleibt ein Ungleichgewicht bestehen, so können nur die Pläne derjenigen Marktseite in Erfüllung gehen, die sich für die geringere Menge entscheidet. Liegt der Preis dabei über dem Gleichgewichtspreis von 2 Euro, so bilden die Käufer die kürzere Marktseite. Die tatsächliche getätigte Transaktionsmenge auf dem Markt wird daher durch die Nachfrager vorgegeben. Wir können also die Verkaufsmenge von der Nachfragefunktion ablesen. Alle Käufer kommen dabei zum Zug, aber eben nicht alle Anbieter. Man spricht in dieser Situation auch von einem Käufermarkt. Liegt der Preis unterhalb seines Gleichgewichtswertes, dann bilden die Anbieter die kürzere Marktseite. Nun bestimmen deren Pläne, welche Mengen tatsächlich verkauft werden. Die Konsumenten dagegen befinden sich in der schwächeren Position, da nur ein Teil ihrer geplanten Nachfrage gedeckt wird. Es handelt sich nun um einen Verkäufermarkt. Die grün markierte Linie gibt nun zu jedem Preis die am Markt gehandelte Menge an. Sie erkennen, die Gleichgewichtsmenge von 600.000 Kilogramm bei einem Preis von 2 Euro ist gleichzeitig die größte Transaktionsmenge, die auf dem Markt getätigt wird. Die Ungleichgewichte werden aber auf dem Konkurrenzmarkt nicht von Dauer sein, wenn der Preis frei ausgehandelt werden kann. Betrachten wir dazu wieder die Situation eines Angebotsüberhangs bei dem Preis von 3 Euro. Verkäufer, die zu diesem Preis nicht zum Zug kommen, werden signalisieren, dass sie auch bereit sind, zu einem niedrigeren Preis zu verkaufen. Es setzt ein Unterbietungswettbewerb ein. Der Marktpreis gerät unter Druck. Das freut die Nachfrager, die ihre geplanten Käufe entlang der Nachfrage geraten, ausweiten. Andererseits veranlasst der sinkende Preis die Produzenten, ihr Angebot zu reduzieren. Damit schmilzt der Angebotsüberhang ab, bis schließlich das Marktgleichgewicht erreicht ist. Umgekehrt verläuft die Anpassung bei einem Nachfrageüberhang. Die Konkurrenz unter den Konsumenten, die zu dem niedrigeren Preis von 1 Euro pro Kilogramm nicht bedient werden, führt zu einer Preisüberbietung. Bei steigendem Preis sind aber die Produzenten auch bereit, ihr Angebot zu erhöhen. Andererseits drängt der Preisanstieg Nachfrage zurück. Damit verschwindet der Nachfrageüberhang und der Preis erreicht seinen Gleichgewichtswert. Bei einer Abweichung vom Gleichgewicht führt der Konkurrenzdruck bei freier Preisbildung wieder zum Gleichgewicht zurück. Das Marktgleichgewicht ist damit stabil. Der tatsächliche Preis tendiert zum Gleichgewichtspreis.